hallo du du und du natürlich auch herzlich willkommen bei dinkum wir sind hier wieder mal im outback und ich gebe es bin ich suche das museum das museum das museum mal gucken ob ob er das will eigentlich beides tun ich muss es also es ist ein kommen blutail er hat ihn schon er hat ihn so was immer schon gesucht hat er gesagt krass das ist ja nice harley kind butterfly er hat das immer schon gesucht wieso finde ich solche käfer nicht weiß ich nicht wo ich kann ja mal gucken ob er meine kiefer auch jetzt haben möchte ein geflatter hier ein geflatter vielleicht wieder ja schon elf wir haben schon elf exponate bei den bei den insekten und vier fische wir haben fische fangen ist irgendwie schwierig strengt ja auf jeden fall vielleicht wäre eine tolle fliege von mir nein natürlich nicht wer hätte es gedacht die hatte doch schon aber vielleicht wäre es eine andere fliege war ich schon so ein anderes fliegen gerät wir skalieren hier drinnen ich weiß auch nicht ja die haben ja bei dir einen eigenen stall vielleicht sind es ja dann etwas ruhiger ich würde gerne echt mal wissen wo es die mine gibt die folge lohnt wieso was denn vier nur vier dinkum vier dinkum das ist ja doof ich hab drei tausend drei tausend neunhundert 445 du schon gegossen äh ne ich glaube nicht die kosten aus kann sein dass ich das vielleicht dann gegossen habe sooo ich hab ein shiny stone gefunden rums reingestopft es rumpelt es rumpelt es rumpelt vor sich hin warum wird immer noch vor sich hin aber viel drinnen sein drei ärzte glaube ich raus zwei mal kopper und ein tin bohr insgesamt ein stein ein stein da ist ein stein äh die russer kram wollen die russer kram und hier also so kommt hier ich hab 23 krassamen das ist gut damit kannst du doch das für russ oder die das fief pfoboda das fiefo das fiefo und die mühle sie dreht sich dreht sich also die dreht sich immer noch deine melone ist fertig ich meine melone deine frucht da meine ja würd ich nur sagen total spannend jetzt ein mühenrad zuzugucken wie es mühlt genau wie es mühlt läuft bei mir auf jeden fall ich erfinde immer Wörter das dauert aber ganz schön lange wir hätten noch eine zweite baunde sein da ist deine deine frucht ja schneller fertig ich au 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 ich frenne oh Gott oh Gott wie gut hast du es nicht gesehen heißt es ist verbrannt oder vom Kugel gefressen nein es sah aus als hätte ich unsere Büsche in Brand gesteckt so ist ja nicht schlimm das ist ja nicht schlimm nö wieso naja aber aber die brauchst du doch zu ihr Hernte mhm Krodi ja dann mach mal Fettkohle mit ich sag's dir mhm kohle schön schön ne quatsch falsche kiste äääh echt jup die schaufel mal mit die 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 ja aha ich habe ein Schast gefunden gönn dir wenn wir jetzt noch ne Miene finden was ist das wäre das ganz wäre das ganz nice ich meine die wird ja nicht von heute auf morgen einfach so auftauchen oder schatzi ich hab ne disk cool wo wolltest du die hin haben dann pack sie mal in unsere kiste da rein ok pack ich sie dann warte n datt weiss ich auch nicht was ist das ja keine ahnung Dann nimmst du drauf. Dann weiß. Was war denn da drinnen? Okay. Interessant. Warum habe ich schon wieder keine Energie? Das kann ich den Nies haben. Du musst nur was essen. Eine Kühlbirne. So. Ein Zahnrad. Scheint irgendwas im Wasser zu sein, aber ich weiß nicht, wie man da buddelt. Ich auch nicht. Taucherausrüstung. Meinst du, es gibt eine Taucherausrüstung? Warum nicht? Hm. Ups. Was ist los? Nix. Was hast du getan? Ich glaube, ich habe den Salatkopf kaputt gemacht. Was? W-Wieso? Also man ändert die nicht mit der Sichel. Sondern? Die waren doch noch gar nicht reif. Ja, das wollte ich halt ausprobieren. Weil die schon so reif aus sahen. Die sahen halt schon so reif aus. Ich glaube, die sind noch nicht reif. Das weiß ich jetzt auch. So. Die letzten zwei. Oh Gott. Hat keiner gesehen. Schnell wieder hinsetzen. Tududu tü. Auf jeden Fall. Ich bin total erschöpft. Echt? Was essen? Hab grad nix. Achso. Heute bin ich mein Zombie. Äh. 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 Was liegt hier? Was liegt hier? Hm? Was liegt hier? Pum. Äh. Was liegt drum? Na so. Kacke. Achso. Pum. Ja. Pum. Sag ich doch. Ich hab verstanden. Ohrum. Ah ja. Okay. Was weiß ich auch immer das ist. Ja. Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht, was das ist. Nur noch sieben Minuten. Was ist das denn? Dann klingelt mein Handy wieder. Achso. Sozusagen. Ähm. Was denn? Ich nehm mir meine Banane. Ah. Endlich wieder Farbe. Äh. Was ist das? Hm. Hm. Keine Ahnung. Ich hab mir noch diese Banane. Was hast du? Ich hab mir noch diese Banane. Paxi. Die Bankkiste. Hab ich schon. Hab schon. Heißt du schon? Hab, 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 hab schon. Hab, 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 hast du schon? Hab, hab, hab. Ich hab gedacht, wir gehen jetzt mal schlafen. Genau. Ein neuer Jahr. Mein Ding, der wird, mein Ding, der wird vor zehn. Ey, Glückwunsch. Aha. Aha. Es ist, aha. Oh. Frankli ist wieder da. Der ist schon wieder. Der ist schon wieder. Der ist schon wieder. Hat er nicht so viel Kohle für CDs gegeben? Ja, hat er. Wir haben drei Stück, mein Schatz. Drei Stück. Hi. Echt so viel? Hm. Also für den Turm brauchen wir bloß eine. Was? Für den Turm? Für den Turm brauchen wir bloß eine. Also der Turm piepst ganz gewaltig. Ich kann den ja auch abbauen, oder? Bei dir piept's wohl. Was? Komm du mir mal nach Hause. Mach ich. Wollen wir diese, die Sträuchers hier? Ja. Ja, welche Sträuchers? Na hier, diese, 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 ähm. Diese Blütensträuchers hier. Ja, was ist mit denen? Diese gelben. Die wir da gepflanzt haben bei unserem Haus. Ja. Mit Fettkohle. Ähm. Mit Fettkohle. Mit Deckkohle. Ja. Wollen wir die alle gleichzeitig wachsen? Also dass die alle zur selben Zeit fertig sind? Das wäre ganz nice. Würde ich, würde ich jetzt sagen. Ja. Machen wir das so, ja? Also wenn wir die jetzt einmal alle voll wachsen, dann müssten sie eigentlich alle zur gleichen Zeit wieder. Theoretisch. Ich bin immer noch nach der Meinung, dass wir ein paar mehr brauchen von diesen Pflanzen. Auf jeden Fall. Sag mal, weißt du, man kann so eine Kokosnuss in unsere Schrettermaschine werfen? Ich glaube nicht. Schade. Aber ich bin nicht sicher. Wenn ich kann es verkaufen. Kann ich, nein, ich kann sie nicht. So ein Elektro-Ei wäre ja mal wieder nicht schlecht. Auf jeden Fall. Das wäre ja irgendwie ganz nice. 4.000. 4.000. Für? Was? Ich kaufe ein Iron Bar. Oh. Für 4.000. Wusste ich nicht. Ich habe jetzt einen gekauft schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch so ein Elektro-Schmelzgerät für, wie viel ist das? 30.800. Mist, ich habe nur 6.000. Dann stört es auch nicht, wenn ich auf seinem Tresen sitze. Das ist ein paar neue Lizenzen für mich, Fletch. Was siehst du mal? Das ich mir leisten kann. Deep Mining License. Ah, Metall Detecting. Hunting License. Mehr Waffen. Ich mache das. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich sie jetzt bilden kann. Hm. Ich auch nicht. Das war's. Spupp, 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 spupp. Okay. Die Zeit ist aber wieder um, mein Schatz. Echt? Echt. Ja. Ja, ich hab den Fahnen verloren. Ja, also ihr wisst ja, ne? Äh, tschüss und so und kommentieren, abonnieren und natürlich die Glocke drücken, ne? Zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Kilo, das ist so, options war. Es ist so fácil. Zieh euch das.